Ach, das geht. Leute, ich bin immer noch letzter. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich mach mal ein anderes Klantik. Da hab ich noch schlechter spielen. Als jetzt schon. Aber er fällt da unten. Und dann drückt er diese One-Taps, weißt du? Ah, Minus-Profit. Oh, loll. Hast du gerade den Flasher gemacht? Hast du den mit dem CT-Spawn abgeknallt, während du den an der Main beschossen hast? Ich bin einfach direkt bei dir Main. Habt ihr jetzt bei dir an, oder was? André hat sich, glaub ich, eh welche Public-Hacks runtergeladen. Ja, komm, komm, komm. Ich bin schon in der Kruppi-Borg gerade eben. Oje, morgen ist er bannt. Ja, 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 ja.